Ich werde mit Ihnen kämpfen. Wo triffst ihr euch? Du bist eigentlich weit weg von mir. Ich treffe mich mit ihm, egal wo er will. Ich weiß nicht, wo wir uns treffen. Er hat mich noch nicht angerufen. Die Sache ist, wenn wir jetzt hier wieder einen Standort ausmachen, werden wieder tausend Leute dorthin kommen. Er wird mir privat sagen, wo wir uns treffen. Yallah, soll er kommen? Er ist doch in Berlin. Die sagen alle, er ist in Berlin. Yallah, soll er mir sagen, soll er hier live kommen? Yallah, er soll live kommen und mir sagen, wo er ist. Ich komme jetzt dahin. Wallah. Was muss denn Schlimmeres passieren, dass er so weit hierher fährt? Was hast du denn gemacht? Wegen was? Es gibt Videos, es gibt Ausschnitte. Du kannst sehen. Du kannstindern, Alter. Ayallah, soll er kommen. Soll er kommen? Wenn er will, er soll auch Diamonds kommen. Ich komme dann Diamonds. Diamonds-Café. Außerdem soll Diamonds-Café kommen. Ich will euch nur zeigen, dass ich keine Angst habe. Dass ich nicht nur groß rede und jeder sagt, ich sitze mal zu Hause, ich verstecke mich. Ich verstecke mich nicht. Ich bin kein Blöffer. Ich kämpfe und gehe egal wohin. Egal wohin ich gehe. Er soll kommen, hier. Ich bin hier in Tempelhof. Hier in Tempelhof. Zehn Minuten bin ich in Diamonds Café. Er soll kommen. Ich will kein Gehirn mit ihm machen. Ich will nicht an einem Tisch mit ihm sitzen. Ich will mit ihm kämpfen. Wallah. Eins gegen eins. Ohne Handschuhe, ohne nichts. Gibt es kein Gehirn. Ich möchte nicht mit ihm. Ich werde auf seinen Kopf treten. Wallah. Wallah, Bruder. Was denkt ihr, wer ist, Herr Salami? Was denkt ihr, wer ist? Er kommt mir immer rein, Herr Salami, und er machte die Hände, Herr Salami. Was denkt ihr? Was denkt ihr, Herr Salami? Er macht mich das so, Herr Salami? Er macht mich das so, Herr Salami. Er macht mich das so, Herr Salami. Er macht mich das so, Herr Salami. Wallah. Wallah, das ist hart. Er kommt nach Berlin. Wallah, ich verstehe nicht, denn ich will nichts Falsches sagen auch, aber was darfst du mal zur anderen Stadt fahren, mal andere Stadt fahren? Ey, Abu Hamz hat vor niemandem Angst. Wallah. Ich bin hier im Tempelhof. Er soll Diamonds kommen. Ich komme direkt zu Diamonds. Ich bin hier. Wallah, ich laufe jetzt direkt zu Diamonds, wenn er da ist. Wenn er mit Yassir ist, dann soll Yassir ihm Diamonds-Kaffee holen. Wie in Yassir? Einen Abend, die sagen alle erst mit Yassir. Abschaka? Ja. Legt euch in den Kommentaren, nehme ich gar nicht ernst. Nein, Wallah, nein. Ich werde gegen ihn kämpfen. Wo trifft ihr euch? Du bist ja nicht weit weg von mir. Hey, ich treffe mich mit ihnen, egal wo er will. Ich weiß nicht, wo wir uns treffen.